so ich bin jetzt beim lasergerät ich habe wirklich kein kein leben warum ich hier überhaupt noch lebe ist eine frage meiner existenz ja kommen wir mal wirklich jetzt zum glück habe ich was ist das was entdeckt saft tropft das macht mir angst halt was immer das ist kannst du mir noch zu zu machen ich bin unterwegs zum baum ich komme gleich nach hause das lager ist voll will ich mich verarschen so kleines lager das sieht ja auch gut aus mit dem eichelschale eichelkappe so da hinten ist das ding sammle fleißig saft ein für verbände kommt dann gleich zurück warum geht das ding schrotz da sind killerspinnen da beim brunnen wollte ich jawohl ja na klar ist gut die laus schwebt einfach in der luft ich habe den eingang gefunden okay ich glaube ich glaube ich habe ich kenne die situation die gerade mit im labor drin ist ja da ist da ähm dingens wie heißt es ähm ja ist bekannt du kennst es ne ja da ist ja dieser killerroboter gewesen na oh labouring be powered ich komme zurück das dauert nur noch das sind 300 meter die ich da laufen muss kann ich den rüsselkäfer mit hammer hauen ja gar nicht so dann haben wir schon die zweite nacht überstanden irgendwie oh hier läuft saft runter ich würde gerne ich würde wirklich gerne ja ich habe noch 300 meter vor mir hier ist meine gewöhnliche laus kriegen wanddeko laus käfergummi okay so jetzt habe ich alles analysiert was ich und ich komme zurück offline keine energie was ist hier nur los die ganze scheisse funktionierte nie so rohes rüsselkäferfleisch so wir können gleich schlafen till ja bitte die spinnen äh die spinnen die ameisen äh ich schlafe bis morgen super wow das ist ein schöner garten ne ein schöner garten automatisches speichern ähm klingt doch mal interessant wo ist dieses science house so ich hab noch ähm halbes leben ne äh nicht so gut wo ist die wasserbehälter eichel panzer wieder eichel ja du eichel und eichel ist das gleiche oder ich bin ein eichel zau und gartenbeet saftfänger smoothie küche spinnenrad eichel zau jetzt haben wir toll bei gebäude können wir jetzt zäune herstellen mehr nicht ist ja auch irgendwie doof madenweste okay speziell eichelschafen du hast so viel ne aber bauen können wir immer noch nicht ja ist irgendwie interessant aber wann geht das denn hier überhaupt gar nie doch mit dem Hirnschmerz auf jeden Fall nicht ja wir müssen glaube ich da wirklich da rein ich glaube es gibt keinen Ausweg okay wo müssen wir jetzt den entkunden das labor nach hause gehen also warte mal ich platziere mal das ding hier unser wasserspender wo ist denn das labor noch eine eichelschale wo das labor ist ich kann es dir sagen du ich folge dir einfach und zwar war das ding irgendwo da hinten können wir die spiel äh die ameise kurz noch nie der man da so ich hab hunger ich muss was essen ich bin gerade ein bisschen am kochen für uns das ding ist ja ich hab's getroffen sorry ich nehme nur eins der rest kannst du haben äh das hab ich jetzt bräuchten wir sechs stück milden pelz noch vier hier du ich hab'n kopf und ne ein bisschen jetzt glaube ich gleich ne nicht ganz nein das ist noch in den händen was ähm doch hab ich auch also warte mal was brauchen wir hier für schon wieder für den ähm ah ne eichelschale okay komm warte mal kann ich mir irgendwie noch ne rüstung bauen so ich bin gerüstet zwar billig aber ich bin gerüstet gerüstet ja hab ich äh ich kann da gar nichts machen okay egal ich folge dir mal einfach eins zu eins der gleiche plus minus der gleiche weg ja also du siehst ja meine markierung ne oh schon wieder so ne riesen Ameise Till ja ich komme ich möchte deine Hilfe was ist das ich hab grad Safttropfen gefunden ja das ist schön aber ich hab hier Probleme ich komme ja 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 ja ich bin gleich tot Till Junge wenn das du hier wie die alte Fasnacht hier ich renne ja 10.000 Jahre wie alt bist du schon du bist an mir vorbei gerannt vorher ach so ich hab die markierung angeschaut ich hab die markierung angeschaut kannst du mich wiederbeleben wenigstens oh oh ich bin nur ob du unterwegs es äh 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 und hinter dir ist sie äh 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 ja ich würde mir sagen weg da gute idee äh 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 in Laura Rüsselkäferfleischer uoh åh was is'n das jetzt wieder Ach stimmt diese Animation neh wenn irgendwo was ist so ja genau diese 灰 灰 also ich brauch Eichel Junge, warum? Jetzt. Wo rennst du hin? Zu dir. Du bist komplett falsch. Ah, jetzt. Da rein würde ich nicht. Da rein. Da drin sind Königsspinnen und so. Übrigens, Eichel kann man jetzt zertrümmeln, aber mit dem Hammer. Ja. Du hast den Hammer, ne? Das mach ich gerade, ja. Ach so, du warst klug. Ich sammle hier noch ein paar Kleeblätter ein. Ist auch nicht verkehrt. Ja, perfekt. Oh oh, da sind die Spinnen. Da geht's nicht rein. Es geht. Hier rein. Ich bin drin. Und du? Ich hab gerade einen Marienkäfer am Arsch. Wo ist das Ding? Ach, du ziehst eine Dose oder was war das? Nein. Du musst nicht der Markierung folgen, sondern da wo ich bin. Ja, ich... Wo bist denn du? Bei diesem violetten Einschlagsloch, ne? Siehst du mich? Ich muss jetzt erstmal über diese Wurzel kommen. So, jetzt bin ich hier. Hallo? Erstmal. Also, let's go. Ja, er ist ziemlich erschossen hier, ne? Das gläubige Ding sieht aus wie eine reale Nerd-Stuff. Versperrt, okay. Bin sie auch nicht klug. Hier auch noch ein? Ja, lustigerweise. Das sieht aus wie ein Nerd-Paradise. Hm, Quark. Versperr eine Kreatur. Versperrt. Versperrt. Du, ich hab einen Knopf gedrückt. Hier, so eine rota. Da ist jetzt grün. Ach so, du musst Knöpfe drücken. Oh, Saft, Saft, Saft. Ich nehm mal den ganzen Saft hier. Und hier kann man trinken. Geil, hier hat's nen Wasserspender. Unbefugter Zugriff. Biometrischer Scanner. Hilf Burgl L aufzustehen. Ist das nicht der Kollege, der am Schluss uns umbringt? Also, blöde ist... Aber ich muss ihm helfen aufzustehen. System reboot in progress.